Moin auch an die Leute auf YouTube. Schön, dass ihr dort seid und eingeschaltet habt. Ähm, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren hier draußen noch so ein bisschen, ne? Ich seh grad, da oben muss noch getauscht werden. Ähm, aber ich glaub, wir waren hinten irgendwie, ne? Ähm, haben wir gemacht. Musst ihr mal eben umstellen, das hat geklappt. Richtig gut. Ähm, wir müssen hier nochmal ran. Joa, da müssen wir nochmal ran. Wie war denn das jetzt hier nochmal bei dem Spiel? So. Haa, das Leben ist schön. Ähm, so. So, da müssen wir ran. Das ist okay. Wir mussten, glaub ich, hier noch ran, genau. Mal gucken, ob wir da gleich rüberspringen können. Sonst muss ich nochmal das Dings wegnehmen. Und dann war's dass. Dann sind wir draußen wieder safe, oder? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Ich muss mir mal, glaube ich, zwei Stühle kaufen oder Hocker oder sowas. Gibt es sowas? Hocker. Das dann nicht raufstellen, doch. Okay, warte. Machen wir anders. So. Da muss ich den anderen Kram nicht wieder abreißen. Ne? Ist das richtig? Hä? Er sagt nein. Hä? Warum kann ich das nicht da unterkleben? Haben wir doch sonst auch gemacht. Ach so. Weil das hier schon... Oh. Das ist das neue Update, dass ich das nicht nochmal da... Ne. Ich bin einfach nur doof. Leute, sorry, ich bin ein bisschen verwirrt. Nimmst mir bitte nicht übel. Ich habe hier schon wieder irgendwas von einem neuen Update gefaselt, was totaler Quatsch ist. Okay, das ist ein anderer... Das ist strange. Wo müssen wir noch? Hinten rum. Das müsste klappen. Nein! Was ist denn? Ja, lass dich mal berieseln, Cherry Fairy. Du bist ja auch krank, ne? Lass dir gut gehen. Bisschen... Mach dir einen Tee. Chill eine Runde. Das passt schon. Fuck. Ähm... Wie war denn das jetzt noch? Oberflächen im Laden finden. So geil, dass es blau ist und ich weiß, ne? Aber egal. Wir kaufen das jetzt einmal. Man sieht das, ne? Also wenn man es vergleicht. Das weiß ist ja hier auch nicht wirklich weiß. Naja, egal. Das ist irgendwie strange. Aber was haben wir jetzt für da oben genommen? Ist es das? Ne, kann es ja auch nicht sein. Ist es das? Warum geht der nicht? Verstehe ich nicht. Das muss der doch sein, oder was? Ähm... Nee, das will ich ja auch nicht. Will den... Schnittmuster... Ist okay. Aber ich würde gerne das Holz ändern. Manchmal hasse ich dieses Spiel. Schwöre... Ich hasse manchmal dieses Spiel. Oberflächen... Oberflächen... Paneele. Was sind? Paneele. Also... Moin, Josi! Paneele. Was haben wir denn jetzt immer genommen? Walnuss neutral, oder was? Ja, ne? Dann haben wir das genommen. Drehung war auf 2. Die Größe war die... Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Namt abadi. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Sonst flippe ich aus. Aber das ist nicht das richtige Holz, ne? Ah! Oh Mann! Welches Holz haben wir denn hier genommen? Veräffte Scheiße. Rote... Nein, das ist nicht das... Doch? Ist das jetzt das Rote? Nein. Ist doch was anderes geworden jetzt, oder nicht? Rote Buchenholzpaneele. Hä? Bin ich jetzt so dumm? Also mal ganz ehrlich? Hä? Ach ja, das haben wir ja hier schon gemacht. Wo lag jetzt mein Problem? Da oben, ne? Oh Mann. Wer will das hier irgendwie nicht... Ist das doch schon geändert? Das sieht halt so dunkel aus. Ich bin grad wirklich... Sorry, ich bin so verwirrt, Leute. Ist schon verändert. Okay, was hab ich denn hier gesehen? Warum bin ich denn so besoffen? Aber schon weit gekommen? Ja, so ein bisschen, ne? Ich hab beim letzten Mal aber auch wirklich nur draußen gemacht. Weil ist so. Ähm... Ja, okay. Wir sind... Ich war verwirrt. Ich war schon wieder verwirrt. Egal. Bleiben wir verwirrt. So, Leute. Diese Woche noch... Ähm... Besorge ich die Kamera. Das heißt, wenn alles gut geht... Sind wir nächste Woche... Schon mal live. Was ist das denn jetzt hier? Oh nee. Ich hasse sowas. Ich... Ich hasse es wie die Pest. Ach. Ich hoffe, das ist jetzt erstmal richtig. Der war natürlich falsch. Ganz klar. Weißt du, jetzt hab ich das alles gemacht. Damit genau das nicht passiert. Also, damit ich hier nicht nochmal ran muss. Jetzt muss ich hier doch nochmal ran. Weil ich Scheiße gebaut hab. Ich könnte jetzt schon wieder... Darf ich irgendwas durchs geschlossene Fenster schmeißen? Ja, oder? Gutes Motto, ne? Egal. Bleiben wir verwirrt. Fertig. Oh, fuck off. Ich bin gerade so ein bisschen sauer. So ein bisschen salzig jetzt, ne? So, und wie geht's euch? Außer, dass ich jetzt schon wieder am rumfluchen bin? Alles tippitoppi oder was? So, jetzt müssen wir... So, jetzt müssen wir... Jetzt müssen wir original... Das nochmal, ne? Das ist so... Ja, natürlich. Ist auch der falsche. So, jetzt bin ich... Dann macht er einfach... Ja, wir... So, jetzt müssen wir... Okay. So, jetzt ist es... So, jetzt... So, jetzt... Dann machen wir... So, jetzt... So, ich hoffe, ich bin jetzt durch mit der Scheiße Ah, ne, noch nicht Ich muss ja hier noch abreißen Das kann ja noch schief gehen Oh, Mann So, ist nicht schief gegangen Das ist schon mal gut Wir müssen hier noch mal ran Oder auch nicht, weil das Spiel schon wieder durchdreht Dann machen wir das ein andermal Ist mir jetzt auch egal So, Leute, ich brauch euch Ich brauch Ideen Ähm, Wohnzimmer haben wir bis jetzt Nur den Fußboden Hier haben wir auch noch gar nicht angefangen Im großen Bad Ähm Wir haben das Gästezimmer Wir haben das kleine Bad Ich glaub, hier muss ich nur noch mal ein bisschen Ach, wir lassen das so extrem blau Streamingzimmer Hier haben wir eine schöne Ecke Da hab ich schon gedacht Weiß ich nicht Ob ich sogar das Fenster wegnehme Ähm Ob wir da nicht sowas wie Ja, so eine geile Abseite Mit Mit Nerdkram So mit Mit Schränke und so Wär ganz geil, glaub ich Also Fenster da raus Auch eh keine Sau Aber Streamer brauchen kein Tageslicht Tja Das Ding ist Ich will ja irgendwo Den Tisch hinstellen Ne Irgendwo kommt ja ein geiler Tisch hin Und Im Rücken muss das ja auch geil aussehen Also hab ich schon überlegt Hier vielleicht den Streaming Tisch Dass die Wand im Hintergrund Schick gemacht wird Auch so irgendwie Mit einem geilen Regal Nerdkram rein Hier kann man ja auch Ein kleines Regal Und hier wieder große Oder so Das sind so die einzigsten Ideen Die ich bis jetzt hab Wie gesagt Das ist im Moment ganz Ganz schlecht mit Ideen Deswegen hab ich ja gesagt Ich brauch euch Und auch hier Wie ich mein eigenes Schlafzimmer Mach Ja Keine Ahnung Ich weiß es nicht Ich bin da etwas überfragt Also was wichtig ist Natürlich so wegen Sound Und so Hier kommt Teppich rein Ne Teppich weil Sonst heilt das so In dem Raum Das wollen wir ja nicht Wegen Mikrofon Vielleicht kümmern wir uns Auch erstmal ums Bad Warte mal Irgendwie konnte der Kollege doch Licht machen So Hier müssen ja Fliesen hin Ich lass mich mal kurz Ein bisschen berieseln Ähm Wenn ihr was seht Schreibt's in den Chat Ähm Ich hatte irgendwie an Josie so Marmorfliesen Hellbunt Schwarz Cremefarben Moin Marie Ganz normal So wie man es kennt So ein bisschen Oh Gott Würfel wollen wir nicht Weiße Marmorfliesen Grüne Marmorfliesen Ja grüne Marmorfliesen Das ist natürlich Äh Weiße Granit Fliesen Okay das lass ich durchgehen Das lass ich durchgehen als grüner Marmor Das natürlich auch Graue Marmorfliesen Das ist jetzt halt die Frage Was machen wir es übelst extrem hier Dunkelbunt Das normale Muster Aber schau mal ob es da andere Farben gibt Welches ist das normale Muster Is one Farben Alles Was du möchtest Da können wir uns richtig austoben Wenn du das als Ne eine Reihe drüber rechts Also das Das und dann eine andere Farbe Geht nicht Da können wir nur Noch ein Muster mit rein machen Wobei dann Das schöne Marmormuster kaputt geht Dann würde ich sie ja so groß lassen Wie sie sind Na wohl warte mal Wenn wir so eine großen Fliesen nehmen Let's Let's kauf Bisschen drüber Aber Das ist ja irgendwie das Motto Von dieser Von diesem Bad Oder von diesem ganzen Haus Ja auf jeden Hör mal wer der hämmert Moin Frankel Nächste Woche geht's wieder ins Mittelalter Also Ist jetzt nicht so verkehrt Bis dahin Mmh Mmh Oh Mmh 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 Bis zum nächsten Mal.